guten morgen friends and fans wir haben die letzten zwei tage wieder richtig hart geklotzt wir haben da hinten die baustoffelemente ecke beseitigt da hinten die müll ecke wir haben angefangen die gesamten steg und die terrasse zu schleifen und zu streichen wir haben angefangen hier kleinen strandplatz zu machen wo dann diese badewanne die meine eltern damals zu ddr zeiten hergestellt haben für sich selber hinkommen soll es muss noch das muss alles neu ausgerichtet werden es muss unkrautvlies rein es musste ach so ja das war ein unglücklich zusammentreffen zwischen orlando und der schaukel es wurde die anlage gebaut wir haben unten den hof aufgeräumt wir haben rasen gemäht wir haben hier den rasen gemäht wir haben wir haben wir haben auf jeden fall noch mal wahnsinn was die jungs und mädels geleistet haben die letzten zwei tage ich meine so viele waren wir ja nicht also ein mädel zwei jungs und ich und ganz 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 viel wille aber ich muss sagen an so morgen wie heute ich bin sprecher ich bin schauspieler und ich heute muss ich das alles alleine wieder herrichten die gräben verfüllen die zisterne fertigstellen zwischendurch die steuer machen bewerbungen schreiben 20 uhr kommen die gäste 19 uhr muss ich los nach berlin dann drei stunden doku sprechen und bis mitternacht und bin dann irgendwann zurück und manchmal fühle ich mich einfach nur überfordert alleine einsam und traurig